Mark, ein gewöhnlicher Schweinfutterarbeiter mit geregeltem Einkommen, 50 Zoll Flachbildfernseher und Playstation 3, kniet in einem Zuflusstunnel des AKWs in Grafenreinfeld und sucht mit seinem Ultraschallmessgerät nach Haarrissen in der Außenwand. Auf seinen überteuerten In-Ear-Kopfhörern läuft der neueste Mix vom Tonquadrat. Dicke Dubstep-Bässe, mit denen er sich sein letztes Fünkchen Individualität in seiner doch eher eintönigen Welt bewahren will. Die knarzenden Bässe sprechen ihm aus der Seele. Jedoch bemerkt er nicht, wie hinter ihm, am Tunnelausgang, bereits wildes Getummel herrscht und die Evakuierungssirene die Mitarbeiter zum zügigen Verlassen des Geländes auffordert. Rote Leuchten schwingen durch den Raum, doch die Bässe in Marks Ohr schotten ihn von der Außenwelt ab. Das erste, was er mitbekommt, ist ein warmes Gefühl an seinem Rücken, bevor er innerhalb von Sekunden eine grüne Plasmawelle des heranschwellenden Gauss verschlingt und ihm die Lichter ausknippst. Einige Wochen später. Mark blinzelt und erkennt schemenhaft um sich herum weißgekleidete Menschen und viele Maschinen, die ihn an ein Krankenhaus erinnern. Das letzte, an was er sich erinnern kann, ist ein riesiger Bassdrop in der Musik. Danach ist nichts mehr. Wie er da so liegt und immer mehr realisiert, dass er sich in einer Quarantänestation für Strahlungskranke befindet, kommt eine wohlgeformte Krankenschwester ins Zimmer. Sie trägt ein Radio mit sich. Mit dem Rücken zu ihm stehen, sagt die Blondine, vielleicht weckt ihn das ja auf, während sie das Radio auf einen bayerischen Rundfunksender ihrer Wahl einstellt. Der Radiomoderator kündigt die größten Top-Hits der Woche an. Mark verdreht die Augen im Angesicht des drohenden, kommerziell verramschten Musikprogramms. Auf einmal spürt er, wie sein Körper anfängt zu beben. Die Kanülen in seinen Armen schießen aus der Haut, sein ganzer Körper verkrampft. Die Krankenschwester rennt schreiend aus dem weißen Quarantänezelt, während Mark versucht, sich mit Schläuchen und umstehenden Geräten zu stabilisieren. Doch es funktioniert nicht. Je länger die Chartmusik auf sein Ohr einprasselt, desto mehr breitet sich von seinem Gehörgang eine ungeheure Wut in ihm aus. Mit einem riesigen Satz springt er aus dem Bett und pulverisiert mit beiden Fäusten das Radio. Dass er mittlerweile bis unter die Decke angewachsen ist und sich auch mindestens zweimal in die Breite quadriert hat, ist ihm bisher noch gar nicht bewusst. Erst als er in den großen Spiegel neben seinem Bett zieht, stellt er mit den Sätzen fest, was der Unfall mit ihm gemacht hat und die seelenlose Commerzmusik ausgelöst hat. Er ist ein grünes Monster geworden. Die Wut schwelt noch einmal an und mit einem tiefen Dröhnen schießt er aus seinem Unterarm eine Basswelle gegen die Zeltwand und rennt kilometerweit in die Abendsonne, bis er nicht mehr kann. Keine. 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 Musik 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 Musik